Hi und herzlich willkommen zur ersten Folge von The Nerd Check. Wir sind The Nerd Check und das ist The Nerd Check. Wir reden über die nerdigsten Themen überhaupt. Videospiele, Trading Card Games, LARP, Anime, Gesellschaftsspiele und was uns gerade noch so einfällt. Diese Videos könnt ihr dann hier sehen oder auf www.thenerdcheck.de Dort findet ihr noch immer unsere neuesten News, Berichte und Artikel. Wenn euch unsere Videos gefallen oder nicht gefallen, dann schreibt eure Nachricht hier unter dem Video oder an nerdcheck.atgooglemail.com Äh, wird man sich nicht vorstellen? Das ist eine gute Idee, bevor sich der Typ von The Nerd Check in den Köpfen festsetzt. Das ist Marco de Cian. Und das ist Curtis. Aber da euch das sowieso nicht interessiert und wir euch nicht zu Tode langweilen wollen, hier ein kleiner Ausschnitt aus einer genauso kleinen Brettspielmesse. Film ab. Herzlich Willkommen bei The Nerd Check on Tour. Wir sind heute für euch beim Spielewahnsinn in Herne. Wir wissen zwar auch noch nicht, was uns erwartet, aber schauen wir mal rein. Ernsthaft? Was? Gerade erst den Spielewahnsinn betreten, bleibt mir schon in unserer eigenen Irrenanstalt. Bei The Looney Bin. Ein karkes Spiel, das es selbst nicht allzu ernst nimmt. Es vereint Spielelemente aus bekannteren Spielen wie Cluedo und Magic. Während man versucht, seine Patienten zu heilen, trägt man die Gegnerkommenspiele in den Wahnsinn. Übrigens, den Link zur Homepage von The Looney Bin findet in der Videobeschreibung. Danach haben wir dann festgestellt, dass Munchkin Zombie, die neue Erweiterung, zu zweit anzutesten, nicht ganz so viel Sinn ergibt. Danach haben wir dann unser persönliches Messer-Highlight gefunden. Ein Kartenspiel namens Goblin Supremacy. Noch mehr Karten? Schauen wir mal rein. Wir sind mittlerweile ein bisschen mehr von hier gekommen und haben jetzt ein Spiel gefunden, das uns sehr gut gefallen hat. Und zwar OSU, das steht für Goblin Supremacy. Wir haben bei uns den Markus, einer der Vertreiber von Asmodee, die das Spiel in Urlaub bringt. Und hallo, hier ist mein Markus. Ja, grüß dich. So, wann ist das Spiel rausgekommen? Das Spiel ist letztes Jahr zu Essen rausgekommen, auf der Spielemesse. Da allerdings erst auf Englisch. Die deutsche Variante ist jetzt ganz neu und so seit knapp ein, zwei Monaten ist es erst auf dem Handel erhältlich. Okay. Du sagst, im Handel erhältlich. Wo kann ich davon hingehen, wenn ich das haben möchte? Da es ein bisschen spezieller ist, bekommt man es momentan halt im gut sortierten Spieleladen oder halt im Internet bei den Einschlägen im Internet. Okay. Das ist Goblin Supremacy. Das heißt, es geht da hauptsächlich um Goblins. Ganz genau. Das Spiel ist halt kartenbasierend. Es gibt fünf verschiedene Goblin-Rassen, die mit verschiedenen Farben gekennzeichnet sind, sodass es sehr übersichtlich ist. Und es gibt in jeder Rasse halt drei verschiedene Stärken an Goblins, die ich halt ausspiele. Und dann versuche am Ende des Ausspielens, in der sogenannten großen Keilerei, den Gegner durch meine Siegpunkte, die ich habe, zu schlagen. Siegpunkte heißen Siegpunkte, weil sie in das Spiel im Endeffekt entscheiden. Man bekommt halt einen Siegpunkt, wenn man gewinnt. Und der Hauptsiege des kompletten Spiels ist, wenn man drei große Keilereien bewonnen hat oder durch Sondersiegbedingungen, die im Spiel halt teilweise zu tragen kommen. Kannst du es denn zu den grundsätzlichen Spielgeschehen aus der HZ? Ja, selbstverständlich. Also jeder Spieler fängt mit sieben Karten an, die dann abwechselnd ausgespielt werden. Hierbei ist es so, es gibt drei verschiedene Stärken bei den Goblins. Ich spiele also die unterste Klasse, das sind die 1er Goblins, die schwächsten. Davon darf ich maximal fünf Stück ausspielen. Dann kommen die sogenannten Krieger, die werden darüber ausgespielt. Wieder ebenfalls maximal fünf Stück. Und ganz drüber das Stärkste sind die sogenannten Gemerele, die ebenfalls fünf Stück ausgespielt. Das heißt, ich kann maximal 15 Karten ausspielen. Wichtig bei den Karten ist, die werden halt nach oben immer stärker. Das ist teilweise zu Siegbedingungen bei den Dreiern. Das heißt, da brauche ich zum Beispiel keine drei Runden gewinnen, sondern ich kann das Spiel nur fortgewinnen, wenn ich da was erfülle. Was bei allen drei Klassen sehr wichtig ist, ist halt der Kartentext, der auf den Karten drauf ist. Weil diese Kartentexte verändern die Spielregeln. So kann ich zum Beispiel Aktionen unternehmen, die mein Gegner hat. Oder ich verändere die Siegbedingungen vom Spiel. Oder ich verändere zum Beispiel die Anzahl der Karten, die man auf der Hand haben kann. Also das Spiel lebt sehr stark davon, von den Kartentexten und kann ich welche Karte ausspielen. Das heißt, es ist ein Fantasy-Kartenspiel, das sehr stark auch in die scherbe Dominion oder Sankt schlägt. Ganz genau. Eine zusätzliche Besonderheit, was mit Dominion halt gleichzusetzen ist, Gozu war eigentlich mal als Sammelkartenspiel, die Magic etc. geplant gewesen. Und hier hat sich dann Monster Games dazu entschieden, das Ganze so rauszubringen, dass es Erweiterungspicks ähnlich wie bei Dominion geelangt wird. Die Box ist sehr groß, der Kartenstapel, es ist noch leichter Luft in der Box drin, so dass wenn die Erweiterungen kommen, die halt in die Box mit rein können. Ich kann noch nicht genau sagen, wann jetzt die nächsten Erweiterungen kommen, aber das wird sich definitiv weiter ausbauen. Ein bis zwei sind geplant, ich kann nur nicht genau sagen, wann die kommen werden. Okay. Wen würdest du Gozu empfehlen? Für wen ist das was? Also Gozu ist jetzt nicht das ultimative Anfänger-Familien-Spiel. Es ist schon an die Quintel gerichtet, mehr so Field-Spieler oder Trading-Kart-Spieler, und die wir da in der Helle-Freude haben. Der Einstieg ist halt auch nicht ganz so einfach, da hilft es halt, sich das Ganze einmal erklären zu lassen oder auf einem guten Blog zu gehen, der einen guten Testbericht darüber geschrieben hat. Seht ihr? Gut. Ich denke, das war es aus unserer Richtung. Es hat uns wirklich sehr gut gefallen. Bisher würde ich sagen, das beste Spiel auf der Messe. Und ich danke für deine Zeit. Ja, lieb gern immer wieder. Und viel Spaß noch. Dankeschön. Gozu, Nerdshack bestanden. Auf thenerdshack.de findet ihr demnächst auch noch einen ausführlichen Bericht zu Gozu. Außerdem zeigen wir euch jetzt noch, wo wir ganz groß abgesahnt haben. Glücksspiel kann süchtig machen. Wir empfehlen niemandem, um daran teilzunehmen. Ja, 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 wuhu! Ernsthaft, ja? Schauen wir doch mal rein. Das war einmal zu viel. Das tat ziemlich weh. Und jetzt die Blitzrunde. Deine Top 3 spielen in den letzten 10 Jahren. Amnesia Heavy Rain Gothic. Und wem das zu schnell ging? Amnesia The Dark Descent ist das wohl gruseligste Spiel aller Zeiten. Es kam 2010 auf den Markt und hat seit Release über 12 Preise und Awards abgesahnt. Unter anderem den beliebten ersten Platz beim Independent Games Festival. Entwickelt wurde Amnesia übrigens von Frictional Games, einem schwedischen Entwicklerstudio, das aus ganzen 5 Mitarbeitern besteht. Kein anderes Spiel aus dem Survival-Horror-Genre kann mit der Angst und Panik, die dieses Spiel verbreitet, mithalten. Amnesia bedient sich an den innersten Grundängsten des Spielers und zwar mit Bravour. Die alten Gemäuer, durch die die Hauptfigur gesteuert wird, sind größtenteils ziemlich dunkel. Dunkelheit erzeugt Angst und Angst führt zu paranoiden Wahnvorstellungen. Hält sich der Spieler zu lange in der Finsternis auf, hat das stufenweise ziemlich negative Auswirkungen. Diese fangen bei einem leicht verschwommenen Bildschirm an, lassen den Spieler Schritte, Schreie oder sich öffnende Türen hören und sehen, wo überhaupt keine sind und enden oft mit einem Ohnmachtsanfall, begleitet von einem tinnitusartigen Piepsen. Wie gut, dass wir eine Öllampe im Inventar haben, die wir nach und nach mit Öl befüllen und anzünden können, um die Umgebung ein wenig aufzuhellen. Einziger Nachteil, Licht in jeglicher Form lockt Monster an und denen will man in Amnesia ganz sicher nicht begegnen. Zumal wir keine Möglichkeit haben, uns physisch zu verteidigen. Die grandiose akustische Untermalung trägt außerdem ihren ganz eigenen Anteil zum Panikaufbau bei. Die meisten haben bei einem Spielwochenende im Freundeskreis mit bekannteren Titeln schon mal den Controller in die Ecke geworfen mit den Worten Ich brauch ne Pause. Bei Amnesia treten diese Pausen alle 15-20 Minuten auf. Meistens hilft ein starker Kaffee zum Nervenberuhigen dann für die nächste Viertelstunde. Meistens. Es ist sehr schwer, etwas über Heavy Rain zu erzählen, ohne dabei zu viel zu verraten. So viel sei gesagt, Heavy Rain ist authentisch. Jeder Charakter ist voll und ganz nachvollziehbar. Als Eason Mars versucht der Spieler, dessen Sohn zu finden, der sich in den Fängen des mysteriösen Origami-Killers befindet. Dabei erlebt man die Story aus den Blickwinkeln verschiedenster Charaktere, sodass diese sich nach und nach wie ein Origami-Schwan zu entfalten beginnt. Man begleitet alle Charaktere von Anfang bis Ende der Geschichte, deren Ausgang sich nebenbei bemerkt von den Entscheidungen des Spielers beeinflussen lässt. So bietet Heavy Rain ein perfektes Grundkonzept, um sich in jede der spielbaren Figuren hineinversetzen zu können. Dabei bleibt das Spiel bemerkenswert abwechslungsreich. Es ist spannend, dramatisch, deprimierend, actiongeladen, emotional und rätselhaft zugleich. Was es von anderen Spielen unterscheidet, ist, dass es sich nicht in eine Genre-Schublade stecken lässt. Heavy Rain spielt sich wie ein interaktiver Film und schafft es dabei dennoch, dem Spieler das Gefühl zu geben, dass er selbst die leitende Kraft des Geschehens ist. Wer sich bisher nicht entscheiden konnte, ob Heavy Rain einen Kauf wert ist, sei hiermit versichert, das ist es. Und zwar so sehr, dass es sich kaum in Worte fassen lässt. Ein beinahe perfektes Spiel. Gothic ist ein Rollenspiel made in Germany, nämlich aus dem Hause Piranha Bytes. Es ist ein sogenanntes Open-World-Game. Das heißt, wenn ich mit einem zerrissenen Shirt und einem Stock ausgerüstet an allen anfänglichen Gebieten vorbeireisen möchte, um mich in einem Drachenort umzusehen, kann ich das tun. Vorausgesetzt ich mir gut im Haken schlagen. Denn selbst die später harmlosen Wölfe one-hitten mich zu diesem Zeitpunkt noch ziemlich leicht. Eines der Markenzeichen von Gothic sind die unterschiedlichen Fraktionen, denen ich mich relativ zum Anfang des Spiels anschließen kann. Die Story des Spiels bleibt dabei gleich, jedoch ist der Blickwinkel je Fraktion ein völlig anderer. Das Fehlen von digitalen Zäunen, die freie Fraktionswahl und die bei jeder Konversation wählbaren Antwortmöglichkeiten vermitteln dem Spieler ein einzigartiges Gefühl von Freiheit, wie es wohl kein anderes Spiel tut. Oft im gleichen Atemzug erwähnt wie Gothic ist Risen, welches aus derselben Spiele-Schmiede stammt wie zumindest drei der vier Gothic-Teile. Spielerisch reitet es sich exakt an die Spielereihe seines großen Bruders an. Alles in allem zwei Spiele, von denen man in Zukunft noch Großes erwarten kann. Vor allem, da nach dem vierten Gothic-Teil die Produktionsrechte wieder bei Piranha Bytes liegen. Das war die erste Folge von The Nerd Check. Game over. Game over. Game over. Game over. Game over. Game over. Game over.